Guten Tag, mein Name ist Jörg Neumeier, ich bin Landtagsabgeordneter und Gemeinderat in der Stadt Wien und Digitalisierungssprecher. Die digitale Transformation durchdringt mittlerweile unseren gesamten Alltag, all unsere Handeln, all unser Schaffen, sowohl das berufliche als auch das Private. Und aus dem Grund ist es unserer Stadt Wien ganz besonders wichtig, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis nach Partnern der Zusammenarbeit zu suchen, weil eins ist für uns klar, wir wollen alle Wienerinnen und Wiener in der Digitalisierung mitnehmen. Dementsprechend begrüßen wir das Angebot der Universität Wien hier sowohl der Ringvorlesung als auch des Online-Kurses, der für alle Bevölkerungsschichten, für alle Interessierten zugänglich ist und dementsprechend bitte ich Sie, erzählen Sie Ihren Freunden davon und tragen Sie die Inhalte weiter. In der Frage der Digitalisierung, der digitalen Transformation geht es eigentlich eben nicht nur um das Private oder das Berufliche, sondern ich möchte jetzt auch noch einen Schritt weiter gehen. Es geht um unsere Gesellschaft und die Frage der Demokratie. Und diese steht unserer Meinung nach derzeit am Prüfstand. Ist auch nachvollziehbar. Wir befinden uns seit über 20 Jahren in multiplen Krisen, beginnen 2001 und im folgenden Krieg gegen den Terror. 2007 und 2008 mit einer Weltwirtschaftskrise, wo einige Sündenböcker hergenommen worden sind. In der Folge 2015 Flüchtlingsbewegungen weltweit und dem Scheitern von Supranationen damit umzugehen. Und abschließend 2019 eine Corona-Krise, die immer noch unsere Gesellschaft prägt, beziehungsweise 2022 die Situation, dass wir uns in Europa im Krieg befinden. Und parallel dazu haben sich weltweit technologische Sprünge und Weiterentwicklungen in der Technik ergeben, die ungeahntes Maße angenommen haben. Ich möchte jetzt nur auf die momentane Spitze, die künstliche Intelligenz kommen. Und daraus resultiert, dass die künstliche Intelligenz und andere von Menschenhand geschaffene, programmierte Entwicklungen in Wahrheit auch diesen multiplen Krisen unterliegen. Nicht umsonst sehen wir in den USA eine Entwicklung, wo es primär um einen wirtschaftlichen Fortschritt und alles ist möglich, als Druck drin geht. Oder wenn wir nach China sehen, haben wir die Situation, dass Menschen in einer sozialen Kontrolle durch die staatlichen Institutionen geführt werden. Das sind beides Entwicklungen, denen wir sehr kritisch entgegenstehen. Und dementsprechend sagen wir, die Demokratie steht zwar am Prüfstand, aber erwarten uns auch durch die Kooperation mit universitären Einrichtungen genau hinter die Fassaden zu sehen und sich anzusehen, was kann man denn überhaupt in einer Demokratie heute tun, damit sie im Zuge der digitalen Transformation fit ist und tauglich ist, alle Menschen in unserer Gesellschaft mitzunehmen. In Wien sind wir der Ansicht, wir wollen alle Menschen auf der Reise der digitalen Transformation mitnehmen. Und in Wahrheit steht Europa jetzt am Scheideweg. Wollen wir gemeinsam uns hier anders positionieren als die USA oder China, dann sind wir genau richtig. Denn es liegt an uns, diese Schautafel der digitalen Revolution gemeinsam zu entwickeln. Gehen wir 150 Jahre zurück. Die Geschichte hinter der industriellen Revolution ist bereits gemeinsam geschrieben. Die Geschichte hinter der digitalen Revolution noch nicht. Wir kennen gerade einmal die Anfänge und unser Ansinnen ist es, dass wir all die Herausforderungen gemeinsam meisten mit der Bevölkerung. Und die Herausforderungen sind vielseitig. Nehmen wir uns nun die momentane Entwicklung europaweit her. Wir reden über direkte und indirekte Wahlmanipulation über Social-Media-Bereich. Ganz in Frage gestellt, ob der Social-Media-Bereich überhaupt als soziale Medien übersetzt werden kann oder ob hier eher nicht die Empörungskultur Teil dieses Algorithmus ist, wie man heute weiß. Weiters ist natürlich die Frage nach Cyberkriminalität, Cyberstalking, Cybermobbing, Hass im Netz und anderen Entwicklungen wie Online-Betrug eine, die sowohl in der Privatheit als auch in berufliche massive Auswirkungen hinterlässt. So gesehen müssten alle Wienerinnen und Wiener, alle Österreicherinnen und Österreicher auf einmal Spezialisten in der Cybersecurity sein. Es klingt aus heutiger Sicht dubios. Glauben Sie mir, in fünf bis zehn Jahren ist diese Sicht der Dinge komplett normal, so wie man sich vor anderen Dingen im Alltag auch schützt. All das sind Dinge, wo wir sagen, wir wollen gemeinsam darauf schauen, dass die Bevölkerung auch in der Lage ist, Entwicklungen wie einen AMS-Algorithmus oder Uber oder Airbnb im Gemeindebau, E-Scooter und sonstige Entwicklungen wie selbstfahrende Autobusse, dass man das selbst entscheiden kann, wo man glaubt, was ist richtig und was ist falsch. Was ist jeweils die Intention hinter einer Entwicklung, was ist die Handlung und was letzten Endes ist die Umsetzung. Und das sind Dinge, wo wir nicht nur als Politik, als Universität, sondern gemeinsam mit der österreichischen und der Wiener Bevölkerung Entscheidungen treffen werden müssen. Derzeit sehen wir aber, dass unsere Systeme eigentlich immer noch so langsam sind. Spätestens rund um Corona haben wir erleben müssen, wie sowohl in der Bildung als auch in der Wirtschaft sich herausgestellt hat, dass wir mit der Digitalisierung noch nicht so weit sind, wie wir gerne sein würden. Wir haben die Situation, dass man immer noch alt kommuniziert, alt zusammenarbeitet, noch nicht das Potenzial, das Technische und Technologische nutzt und damit einfach in der Situation ist, dass man so am Platz stehen bleibt. Kollaboration ist noch nicht vorhanden in dem Ausmaß und nach Corona, jetzt in den Ausläufen von Corona erleben wir, dass viele Menschen wieder einen Schritt zurückgehen und die Technik und Technologie noch weniger nutzen. Das wird uns aber nichts bringen. Vor allem ist es ja eben nicht nur die Technik und Technologie, sondern viel eher müssen wir zu einem Mindset kommen, wo man nicht auswendig lernt und dann auswendig anwendet, sondern wo man gemeinsam Lösungen findet zu komplexen Problemen. Damit meine ich, wie geht man mit einer Gesellschaft mit Herausforderungen rund um die Daseinsvorsorge um im Zuge einer Digitalisierung. Damit meine ich, wie geht man mit Steuereinnahmen oder Nicht-Steuereinnahmen um. Stichwort die Einführung einer digitalen Betriebsstätte. Damit meine ich, wie geht man mit neuen Erfindungen um, um als Staat oder als Land auch innovativ am Ball zu bleiben. Wie geht man mit neuen Dienstleistungen um? Wie schafft man in seiner Kommune, in seiner Nation oder in seiner Supranation für einen Fortschritt zu sorgen und eine vernünftige Verteilung? Das sind komplexe Herausforderungen. Hier werden Sie auch in Google und ChatGPT keine Antwort finden. Viel wichtiger ist es hier, innerhalb einer Gesellschaft zu verhandeln, auszuformulieren und zusammenzufinden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Sie im Rahmen der Ringvorlesung, aber auch rund um diesen Kurs, einen wesentlichen Beitrag zu der Lösung all dieser Probleme beitragen. Es ist eben, dass das Vertrauen zum einen schwindet, zum anderen sind es aber Projekte wie diese, die zumindest mich hoffen lassen. Ich bin nämlich zutiefst davon überzeugt, dass Demokratie Zeit braucht. Zeit braucht mit Berührungsmomenten, mit Diskursräumen, mit Reflexionsfähigkeit und letzten Endes mit Austausch und Ausverhandlung, um sich all dieser komplexen Probleme zu stellen. Und sie sind Teil davon, dass unsere Demokratie Zeit bekommt, sich all diesen Herausforderungen zu stellen bzw. gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Es sind vielleicht die Stellschrauben an unserer Demokratie selbst, die wir weiterentwickeln müssen, damit wir in der Digitalisierung mitkommen. Es wird aber in manchen Bereichen auch möglich und notwendig sein, die Digitalisierung ein bisschen auszubremsen. Und da geht es vor allem darum, dass wir als Menschen aktiv handeln, als Bürgerinnen und Bürger genauso als Politikerinnen und Politiker und eben die Universitäten als Schnittstellen aktiv Konzepte auf den Tisch legen, aktiv Ideen verbreiten und diskutieren. Und Sie sehen, in diesem Prozess habe ich noch am wenigsten die Technologie selbst angesprochen. Ich glaube auch, die Technologie ist hier nicht unser Gegner. Es ist viel eher die Frage, wie wir als Menschen Technologie brauchen oder Missbraucher. Und das Beispiel kennen Sie mit dem Buttermesser. Wofür nutze ich es? Um den Butter auf das Brot zu schmieren oder um jemanden zu verletzen? Das gleiche können Sie beim Hammer durchspielen. Nutze ich ihn, um ein Bild aufzuhängen, einen Nagel in die Wand zu schlagen oder andere Menschen zu verletzen und und und. Genau dieses Gleichnis muss uns die ganze Zeit eine Lehre sein. Wir sind die Verursacher im positiven und negativen Sinn. Dementsprechend braucht es in der Digitalisierung vor allem eins, das ist eine Wertehaltung. Eine humanistische Wertehaltung, den Menschen in den Vordergrund zu stellen und die Beziehungen untereinander in den Vordergrund zu stellen. Es braucht in unserer Gesellschaft aber genauso Prinzipien, wie wir in dieser neuen Arbeitswelt, in dieser neuen gesellschaftlichen Situation miteinander interagieren, umgehen und gemeinsam schaffen. Und zu guter Letzt braucht es das, was jede Gesellschaft benötigt, nämlich Regeln. Und wir sind in einer Demokratie, in der Freiheit, uns selber Regeln zu geben und zu entwickeln, damit in dieser Transformation eben niemand unter die Räder kommt. So gesehen braucht es eigentlich auch in der Bildung unserer Bevölkerung, in der Bildung von uns allen nicht so viel. Es braucht nur ein Bekenntnis zur Inklusion und einem Austausch untereinander. Den Bekenntnis, dass wir den Digital Gap reduzieren, vielleicht sogar schließen wollen. Und ganz simpel, ein humanistisches Grundverständnis. Diese klare Haltung brauchen wir nicht nur, um alle mitzunehmen, sondern ich glaube, diese klare Haltung ist auch die Grundlage dafür, dass wir Digitalisierung als Chance sehen können. Zum einen, dass wir über den gesamten Planeten miteinander verbunden sind, dass wir gemeinschaftlich und kollaborativ echte Probleme lösen können, wie wir das sogar in den vergangenen Jahren während der Pandemie schon gesehen haben. Die Ergebnisse waren, dass wir viel leichter durch eine Pandemie gekommen sind als noch vor 100 oder 200 Jahren. Und zu guter Letzt glaube ich, dass die große Chance besteht, wie bei jedem technologischen Fortschritt, dass das Sein und das Bewusstsein von uns allen durch Technik und Technologie erweitert und verbessert werden kann. Um das alles hinzubekommen, arbeiten wir in Wien an der Wiener Antwort am digitalen Humanismus, der einen Beitrag dazu leisten kann, unsere Demokratie zu stabilisieren, ja sogar weiterzuentwickeln, so wie wir sie in einer digitalen Transformation brauchen. So gesehen möchte ich mich nicht nur bei den Initiatoren und allen Beteiligten bedanken, dass sie hier einen klaren Beitrag leisten, sondern ich möchte vor allem allen dazu gratulieren, sich diesen Kurs anzusehen, diesen Kurs weiterzugeben und somit für sich selbst einen Beitrag in der Entwicklung der digitalen Transformation zu leisten. Herzlichen Dank.